Mein Traum, eine Wärmepumpe zu haben, hatte ich schon sehr, sehr lange. Weil am alten Ort, an dem ich gewohnt habe, hatte ich Elektrospeicherheizungen. Und da war es nicht möglich, eine Wärmepumpe zu machen. Ich war zufälligerweise bei einem Kollegen, der eine Wärmepumpe hat. Ich habe ihn gefragt, ob die gut ist oder nicht. Er hat nur davon geschwärmt. Er hat gesagt, was hast du für eine? Ich sagte, ich bin hier von Stibel Eltron. Dann habe ich schon gehört, ja. Ich bin fest entschlossen, wenn ein Kollege so etwas kauft, dann kann es nur gut sein. Seit einem halben Jahr, als sie in Betrieb ist, muss ich sagen, super. Die Effizienz. Wir hatten den ganzen Winter nie ein Problem mit der Temperatur, dass er nicht nachher konnte. Wir hatten immer warmes Wasser. Und natürlich eines der wichtigsten für mich war der Lärm. Und im Nachhinein muss ich sagen, was ich hier bekommen habe, ist hundertprozentig aufgegangen. Nummer. Nummer. Untertitelung des ZDF, 2020